Zuruf des Lohwerg Ich bin mit 5 Minuten sterben und so ein bisschen anderes. Ich bin von den Freunde in dieser Powerhouse auf dem Lohwerg. Das ist direkt neben meinem Haus, grosser Anlass, Anstich, ärdlicher Bier. Wir haben uns jetzt unser eigenes Bier. Das ist ein Bier. Schmeckt sehr gut.